Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe in dem letzten Teil schon so ein bisschen was über den Passat verraten. Du wolltest unbedingt einen neuen Passat haben. Genau. Du hast jetzt einen neuen Passat. Ja, einen neuen Passat. Kurze Eckdaten, 2009er, 108.000 gelaufen. Und wir bauen ihn jetzt wieder um, quasi auf Zivilbalken. Wir haben in dem letzten Teil abgebaut und jetzt muss das Wundervollste runter, was immer viel Spaß macht, die wundervoll ausgeblichene Folie, die immer scheiße ist abzuziehen. Aber ich würde sagen, es geht los. Wir versuchen unser Buch. Okay, Leute, während das Ding vorne ein bisschen einwegt, habe ich mir gedacht, mache ich schon mal die Seite. Also, der Trick an der Sache, den gibt es gar nicht. Wenn die so hellrosa wird, ist das immer schon ein gefährliches Zeichen. Ich gehe eigentlich davon aus, weil die relativ dick ist, dass es einfach funktioniert. Aber, ja, ihr werdet es gleich sehen, die Folie darf nicht zu heiß sein, die darf auch nicht zu kalt sein, weil sonst bleibt nämlich der Kleberest auf diesem scheiß Auto drauf. Ja, versuchen wir mal vorne unsere Spitze hier nochmal, ob wir da nochmal eine Chance haben, das irgendwie zu lösen. Nee, du bist hier noch nicht mal angehoben hier, ey. Ich werde wahnsinnig. Du kommst dann auch nicht mal mit dem Ding ins hier, mit dem... Gehst du da? Gar nicht da drunter? Nee. Na, komm, Optimismus immer runflieg hier. Ich hätte gar nicht auf deine Nachricht reagieren sollen, als du mir den geschickt hast. Ich hätte einfach sagen müssen, der ist verkauft schon. Wir haben ja noch Trick 17. Wir haben so einen Folienradierer, aber wir haben nicht so viele Akkus. Das heißt, es funktioniert, das werdet ihr jetzt sehen. Das Ding ist jetzt sofort weg. Aber wir bräuchten eigentlich eine Bohrmaschine dafür, beziehungsweise frisst er diese Discs total schnell auf. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal drüber. Das Ding ist weg. Du hattest gerade nicht richtig Bock. Ja, richtig Bock, aber jetzt immer so. Das ist scheiße, ne? Ja, ein bisschen. Ja, ich weiß. Hier, bis hier mal ein Anfang kommt hin. Mein Gott. Ja, gut, dann bin ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter wie du. Ich habe die halbe C-Säule geschafft. Ja, da kommen sie gut aus. Kann ich nicht verstehen, wie eine Folie so scheiße sein kann. Weiß ich nicht. Weißt du, was du den gekauft hast? Nö. Noch nicht, ne? Noch nicht. Organfehler. Wenn die Finger alle nur so stehen. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. Das bringt nichts, Leute. Wir haben das Zeug da drauf gemacht, aber wir kriegen das nicht abgezogen. Das ist einfach die absolute Brut. Jetzt habe ich mir gedacht, boah, Maschine und das Ding klappt schon mal besser. Nur ich habe keine Ahnung, wie lange das Gummi da aushält. Ob wir jetzt das ganze Auto mit wegkriegen oder nicht. Deswegen würde ich sagen, 3, 2, 1, ausprobieren. Ja, weiter geht's. Wie sieht das aus bei dir? Super. Super? Was sagst du zum Heck? Achso, gut. Wie beschreibt man so deine Situation bisher? Super, also richtig geile Laune, weil das so eine super Topfolie ist. Das ist geil, die kriegt man richtig gut ab. Die ist noch kochend heiß. Die geht nicht ab. Ja, das heißt, was machen wir jetzt? Das heißt, Benzin rüber und anzünden. Immer wieder. Wenn ich so ein Auto kaufe, denke ich mir so, pass auf, das ist das letzte Mal, dass ich so ein Auto kaufe. Weil diese Folie abzuknimmeln, ihr habt es ja jetzt gerade so ein bisschen auch gesehen. Ich habe jetzt nicht alles gezeigt, wie ihr seht auch, dass wir schon ein bisschen weiter gemacht haben auf der Seite. Aber das ist einfach immer noch die absolute Höllenarbeit, weil wenn die zehn Jahre klebt, dieses Fluorescent verliert plötzlich, ich weiß nicht, geht in die Sonne. Ich habe keine Ahnung, wo die Folie, wo diese Partikel hin verschwinden. Auf jeden Fall ist die Folie extrem dünn und scheiße abzuknippeln. Das heißt, jedes Mal, wenn wir so ein Auto kaufen und dann abgeknibbelt haben, sagen wir, wir kaufen nie wieder so ein Auto. Aber wir kaufen immer wieder so ein Auto. So, das nächste Auto ist bei dir bestimmt vorprogrammiert. Was machen wir denn jetzt? Weitermachen, bis zum bitteren Tod. Bis zum bitteren Ende. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen was essen und ich würde sagen, ja, ich mache da draußen vielleicht nochmal gleich einen Zeitraffer. Oder wir machen gleich Schluss, weil jetzt haben wir schon 19 Uhr, ne? Wann haben wir angefangen? 14 Uhr? Wann haben wir angefangen? 13 Uhr? 15 Uhr oder so. Ja, also wir sind schon ein paar Stündchen zu Zugang. Halb drei. Nee, also wir gucken. Meine Euphorie ist gerade so ein bisschen im Arsch. Wir haben, das soll ich mal zeigen, wir haben ja schon hinten so ein bisschen was weg hier. Wir haben auf der Seite schon so ein bisschen was angeknibbelt. Und die Motorhaube ist der absolute Knaller. Ja, ihr seht, wie habe ich mir immer einen absoluten Roblergas gegeben. Aber selbst das, es funktioniert nicht. Es funktioniert absolut nicht. Ich habe auch echt keine Ahnung, wie wir es hinkriegen sollen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ihr müsst euch wirklich mal, ihr fangt doch einfach mal an. Ihr seid doch bei der Feuerwehr. Ihr seid doch Feuerwehr-Rettungsdienst. Fangt doch mal an, bei euren Autos einfach mal ein bisschen eine kleine Ecke abzuknibbeln. Dann wisst ihr, wovon wir sprechen. So, Pause, würde ich sagen. Er ist wieder da. Leute, wir haben gestern Abend wirklich Pause gemacht. Wir haben, weiß ich gar nicht, kann euch der Dominik eigentlich sagen, wie lange wir da noch dran saßen? Wir hatten echt... Ich habe so nimmer mehr Bock zu filmen. Wie lange saßt du gestern noch dran? Wie lange gerade? Bis 1 Uhr? Halb 2? Länger. Länger? Ja, halb 3 Uhr. Ja doch, eher 2 Uhr oder so. 2 Uhr, zwischen 2 und halb 3. 2 und halb 3 saßen wir und haben die Folie runtergerissen. Ihr könnt es jetzt gerade schön sehen. Die Klebeseite ist drauf geblieben. Wir haben hier tausende von diesen Rubblern versemmelt für die ganze Geschichte. Und jetzt versuchen wir den. Theoretisch würden wir den so schon über den TÜV bekommen. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Luft. Und ich habe mir gedacht, wir werden jetzt nochmal so die restlichen Klebereste hier entfernen. Und dafür haben wir im Angebot den Industrieclin 3000. Wir haben Schaberklingen da. Wollen wir mal einen machen auf. Und dann, wo willst du denn anfangen? Ich würde sagen, die kleinen Stellen, die kriegst du immer weg. Die kannst du auch wenn du 100-Mann-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt. Ich würde eher so die Mega-Dinger machen. Dass man hier vielleicht anfängt. Wir müssen erstmal hier ein bisschen von dem Industriereiniger drauf machen. Das ist der wundervolle Wirt. Den kriegt der eigentlich nicht privat, aber den kriegt der doch irgendwie privat. Bei Amazon zumindest. Gibt es denn das? Ja, ich glaube auch. Das ist jetzt ein Klebstoffentferner bzw. Industriereiniger und den nehmen wir jetzt einfach dafür. Ihr seht jetzt schon, das wirkt so ein bisschen. Jetzt musst du halt so einen Moment warten, ob das Zeug sich gleich löst. Das können wir wahrscheinlich drei, vier, fünf, sechs, sieben und zehnmal machen. Aber geht, ne? Lustig? Gut? Ja, relativ. Die erste Schicht kriegst du da weg. Ja, du musst halt ein bisschen einziehen lassen, die Scheiße, dann kriegst du die erste Schicht schon mal weg. Dann kann man es schön sehen. Dann kannst du da nämlich hinterher rüber rubbeln, dann ist die Scheiße auch weg. Das ist wirklich eine Höllenarbeit. Aber wir müssen uns da ran setzen. Ob wir das ganze Auto heute hinkriegen, weil du musst gleich arbeiten, das wird ein bisschen knapp. Aber trotzdem, für den TÜV ist das jetzt schon mal so weit in Ordnung. Die Anlage ist runter, das Ding ist erstmal weiß. Es sieht natürlich scheiße aus, aber wir kriegen das Ding auch komplett weiß. Arbeit funktioniert. Es sieht gut aus. Guck mal, bis hier haben wir schon gerade den Industriereiniger drauf gemacht. Das ist gut. Wichtig ist, es halt einwirken lassen, weil der dann unter den Dingens zieht. So. Und den Rest dann gleich eventuell einfach wegpolieren, wenn das einfach so klappt. Aber ich glaube nicht, da muss noch mal ein bisschen ran. Aber wir haben ja noch ein bisschen was davon und Zeug. Wir gehen hier einfach drüber und dann nehmen wir das Zeug und rubbeln erstmal schön drüber. Hier, damit kriegst du gleich diese ganzen Wölkchen hier weg. Ich weiß nicht, die Zuschauer sehen es hier. Also wenn ich das jetzt hier so zeige, denkt ihr das alles schön weiß. Aber wenn ich die Kamera ein bisschen schräger halte, dann könnt ihr es vielleicht sehen. Das sind da so kleine. Diese Reste machen wir mit Industriekind. Wir brauchen halt einen ziemlich groben Lappen, der so ein bisschen wie so ein Schwamm agiert. Ihr seht, das Heck ist jetzt schon mal so weit in Ordnung. Die C-Säule hinten ist auch so weit in Ordnung. Und ja, wenn man Glück hat, kann man ein bisschen Industriecreen drauf machen, einweichen lassen, die Poliermaschine mit einem Mikrofaserpad einfach drüber gehen lassen. Und dann müsste das eigentlich durch sein. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Powerpolish von Weber Chemie. Super geiles Zeug. Ist jetzt so für die groben Dinger. Schleifgrad 7, das ist jetzt nicht so das Nonplusultra, dass wir jetzt gleich hier eine komplette Hochkarosse stehen haben. Aber das sollte halt irgendwie funktionieren. Ein bisschen mal drauf machen von dem Zeug. Ganz wichtig, jetzt nicht direkt die Maschine anmachen, weil dann fliegt die ganze Geschichte euch durch die Gegend. Wir legen das einmal so komplett drauf, schmeißen die dann rein und gehen einfach mal hier lang. Wir haben jetzt hier zum Beispiel so ein paar Ställchen, da müsst ihr dann so von Hand mit der Polierpaste rein. Und dann schafft die Maschine das natürlich nicht, aber ich würde sagen, ja, wenn wir drüber gehen, ich mach jetzt einfach mal so die Hälfte von dem Auto. Ich weiß nicht, ob die Kamera den Unterschied sieht, aber allein diese Ecke hier, guck dir diese Ecke an, die ist wieder komplett schneeweiß. Guck dir den Dreck hier unten drunter an. Da ist jetzt auch nicht nur Dreck, sondern da ist auch Bremsstaub und allen Scheiß mit drin. Und wir haben jetzt auf jeden Fall die Ecke wieder schön geil gemacht und andere Seite siehst du, glaube ich, auch nochmal, wie geil das ist, wenn es dreckig ist. Ja, du siehst es halt von der Seite, also für die Kamera ist es schwer zu zeigen, aber es wird natürlich besser. Jetzt haben wir hier natürlich immer noch so ein paar kleine Kratzerchen drin, beziehungsweise jetzt in Kanten, wo immer noch Kleberest drauf ist, aber das musst du hinterher wirklich mit einem feinen Glasschaber machen. Ja, Leute, Heckpartie ist schon mal so weit durch. Die Seite ist eigentlich auch so weit durch, da kann man hinterher auch aufpolieren, aber wie gesagt, also wir machen jetzt erstmal nur so die groben Sachen. Das Ding wird jetzt gleich nicht aussehen wie aus dem Ei gepellt, weil, ja, man kann den mit Glasreiniger vorher einmal bearbeiten. Ich meine, ihr seht das jetzt gerade auch auf der Scheibe, da sind noch diese ganzen Gummi-Reste drauf. Wir werden das Ding erstmal so weit blanko machen, dann fahren wir damit zum TÜV, dann geht er in die Waschstraße, wird einmal grob gewaschen und dann machen wir nochmal Politur vom Fein. Ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch mit diesem kleinen, aber feinen Video, damit ihr so einen kleinen Wow-Effekt habt, wenn dieses Auto vielleicht irgendwann mal in Schneeweiß vor euch steht, in dem nächsten Teil. Also vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es euch mal unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, ja, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter und dann gucken wir mal, dass wir hier das Auto noch irgendwie weiß bekommen, beziehungsweise geben wir gleich auch auf und gehen noch was essen. Bis später. Ciao.